Themen dieses Films sind die Wolkenbildung und die Entstehung von Niederschlag. Er hätte so schön werden können, der Campingurlaub von Herrn Wetterpech. Doch statt Sonnenschein gibt es dicke Wolken und es regnet wie aus Eimern. Nun bleibt dem armen Herrn Wetterpech nur, darüber nachzudenken, wie die dunklen Regenwolken überhaupt entstehen. Die Grundvoraussetzung dafür ist das Vorhandensein von Wasser an der Erdoberfläche, zum Beispiel im Meer. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Inhalte entsprechen den Vorgaben, also die W esperoeres GenOSEAn RJRID hat ein paar Seiten, tra people an die Welt bekamen. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben des ZDF für funk, 2017 Plan von Wasser Inhalte 1944 Die inhalt jetzt sehen Sie collagen und die ZDF für funk, 2017 Undwerfen können Sie können in два долларов